Das aktuelle Sportstudio ist eine wöchentliche Sportsendung des ZDF am späten Samstagabend. Wiederholt wird die Sendung in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Partnersender Dreisat. Sie wurde erstmals am 14. August 1963 ausgestrahlt. Von 1999 bis 2005 trug die Sendung den Namen ZDF Sportstudio. Sport im ZDF. Da das ZDF im Jahre 1963 mit bescheidenen Mitteln seinen Senderbetrieb aufnehmen musste, versuchte man die Publikumsrenner besonders zu forcieren. Worunter insbesondere der Sport fiel. So begann man mit einer ungewöhnlich großen Sportredaktion von 42 Mitarbeitern, der es tatsächlich gelang, die ARD eine ganze Zeit lang bei der Seebeteiligung zu überbieten. Dieses Vorhaben begünstigte die gerade neu eingeführte Fußball-Bundesliga. Welche den Fußball mit ihrem Punktesystem wesentlich attraktiver gestaltete. Dazu schuf man eine maßgeschneiderte Sendung. Für das der Sendung zugrunde liegende Paket an Bundesliga-Übertragungsrechten zahlt das ZDF laut Verhandlungskreisen für die vier Spielzeiten. 2013 14. bis 2016 17. zwischen 88 und 92 Millionen Euro. Der Sender macht zur Höhe der Ausgaben keine Angaben. Laut ZDF kosten die 46 bis 48 durchschnittlich 75-minütigen Sendungen im Schnitt rund 150.000 Euro pro Ausgabe. Aufbau der Sendung Die erste Sendung des aktuellen Sportstudios wurde am 24. August 1963 ausgestrahlt, dem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Zwar ging es insbesondere in der spielfreien Zeit auch um andere Sportarten, einen Großteil des Programms nahm aber stets der Fußball ein. Damit begann gewöhnlich auch die Sendung, lediglich Harry Valerian begann mitunter mit einer Randsportart. In der Anfangszeit entstand die Sendung noch während ihrer Ausstrahlung. Weil das ZDF überhaupt keine Einspielstationen besaß, mussten sämtliche 16-mm-Filme von den Stadien nach Eschborn bei Frankfurt am Main gebracht, dort entwickelt und geschnitten werden. Der Reporter musste ebenfalls nach Eschborn eilen, da er nur dort den Live-Kommentar sprechen konnte. Dabei handelte man stets nach dem Grundsatz. Lieber eine interessante Panne als eine langweilige Sendung. Dem Publikum führte man dieses Vorgehen stets vor Augen, damit es mitzittern konnte. Die immer noch aktuelle Titelmusik up to date wurde von Thomas Reich komponiert und mit der Big Band von Max Greger eingespielt. Ursprünglich begann die Sendung immer mit einer Bahnhof-Suhr, um die Aktualität zu unterstreichen, dann folgte eine von Hand gedrehte Litfaßsäule. Auf der die Themen der Sendung plakatiert waren. Inzwischen ist man zu einer modernisierten Bahnhof-Suhr zurückgekehrt. Das Laie-Publikum applaudiert dem Moderator beim Antritt. Torwand ein Markenzeichen des aktuellen Sportstudios ist die Torwand. Die auf eine Anregung des Moderators Werner Schneider zurückgeht und seit 1964 im Einsatz ist. Erfunden wurde die Torwand von Heinrich Klein. Anfänglich befanden sich die beiden Löcher links unten und rechts oben, ferner besaßen sie nur einen Durchmesser von 50 cm. Seit 1966 existiert die auch heute noch bekannte Version der Torwand. Zwar hatte man in den 1970er Jahren versucht, sie aus dem Programm zu nehmen, Zuschauerproteste führten aber zur schnellen Wiedereinführung. Bisher konnte noch kein Studiogast mit den je drei Versuchen pro Loch sechs Treffer erzielen. Selbst fünf Treffer sind ausgesprochen selten. Günter Netzer erzielte am 18. Mai 1974 erstmals fünf Treffer. Dies gelang später zudem noch Rudi Völler, Günter Herrmann, Reinhard Saftig, Matthias Becker, Rolf Ringer, Frank Pagelsdorf und Frank Rost. Franz Beckenbauer gelangen bisher maximal vier Treffer. Vier Treffer konnten neben anderen auch der Komedien Mike Krüger, die Fußballspielerin Aileen Jahren, Formel-1-Rennfahrer Louis Hamilton, Oliver Bierhoff, Jerome Boateng, Michael Baller, René Adler, Christian Tresch und Hans-Joachim Watzke erzielen. Am 19. August 2006 übertragen aus dem Aachener Reitstadion anlässlich der Reit-WM erzielte Ludger Bärbaum mit Reitstiefeln zwei Treffer. Franz Beckenbauer ist es wiederum gelungen, den Ball von einem Weißbierglas in das untere Loch der Torwand zu schießen. Die Fußball-Weltmeisterin Fettmeier-Bajahmeier erzielte am 6. Oktober 2007 zwei Treffer in das untere Loch in Porums mit sieben Zentimeter absetzen. Der Handball-Nationalspieler Florian Kehrmann schoss einem Mann die Brille vom Kopf, weil der harte Schuss von der Kante des Torwandkasten abprallte. Michael Rensing vom 1. FC Köln schoss am K-Samstag 2012 siebenmal auf die Torwand, weil ihm der sechste Schuss missglückt war. Moderator Sven Voss kommentierte das Vorgehen Rensings mit den Worten »Was ist denn jetzt los?« Zuvor hatte schon mal Hans-Jörg Kriens in den 1980er Jahren siebenmal auf die Torwand geschossen. 1975 traf der Eishockey-Spieler Lorenz Funk Senior tatsächlich sechsmal bei sechs Versuchen an der ZDF-Torwand. Dies geschah allerdings nicht während des aktuellen Sportstudios, sondern im Rahmen einer Veranstaltung des ZDF bei der internationalen Funk-Ausstellung. Daraufhin wurde Funk ins aktuelle Sportstudio eingeladen, wo er allerdings keinen seiner sechs Versuche verwandelte. Am 1. April 1967 erzielte der ZDF-Chauffeur Arno Butterweg scheinbar in der Sendung »Sechstreffer bei sechs Versuchen«. Dem Datum entsprechend war dieses Ergebnis jedoch eine Fälschung des ZDF. Mit bisher 56 Besuchen führt Franz Beckenbauer die Gästeliste an. Den zweiten Platz teilen sich Rudi Föller und Otto Rehagel mit je 35 Besuchen. Danach folgen Felix Magath und Erich Rebeck. Namensänderung Der ursprüngliche Sendetitel »Das aktuelle Sportstudio« wurde am 4. Dezember 1999 in ZDF Sportstudio geändert und der Sendeplatz wurde 2004 dauerhaft auf 23 Uhr verlegt. Der Grund dafür. Bislang hatte man stets live gesendet, was mit dem Wort »Aktuell« im Titel zum Ausdruck kam. Nunmehr handelte es sich nur noch um eine aus Kostengründen zuvor aufgezeichnete Sendung. Ab dem 6. August 2005 wurde die Sendung in der Regel »Leihe« und unter dem Namen »Das aktuelle Sportstudio« auf dem alten Sendeplatz um 22 Uhr ausgestrahlt. Bei Sendebeginn nach 22 Uhr wurde das aktuelle Sportstudio in Ausnahmefällen zeitversetzt gesendet. Seit 11. September 2010 wird das Sportstudio in der Regel samstags ab etwa 22 Uhr »Leihe« on tape aufgezeichnet und ab 23 Uhr gesendet. Besondere Ereignisse Während der LW-Sendungen kam es auch immer wieder zu besonderen Vorkommnissen. So riss in einer Sendung ein Schimpanse der Frau des ehemaligen Schwimm-Olympiasiegers und Tarzan Darstellers Johnny Weissmüller die Perücke vom Kopf. In die Geschichte ging auch das Interview mit dem Boxer Norbert Gruppe ein, der bei den Fragen von Rainer Günzler beharrlich schwieg, sich am Ende aber freundlich für das Interesse am Boxsport bedankte. Der protokollarisch höchstrangige Studiogast war am 13. Juli 1985 der damals amtierende Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Moderatoren Einige Moderatoren waren selber zuvor Leistungssportler, beispielsweise Eiskunstläufer, Fußballer oder Leichtathleten. Mit Carmen Thomas moderierte am 3. Februar 1973 erstmals eine Frau eine deutsche Sportsendung. Damit sind zwei weitere Ereignisse der deutschen Fernsehgeschichte verbunden. In ihrer zweiten Sendung konnte sie schon zu Beginn der Sendung die Ausgabe der Bild am Sonntag des folgenden Tages zeigen und daraus die Kritik zu ihrer Sendung vorlesen. Wesentlich bekannter machte sie aber am 21. Juli 1973 der Versprecher Schalke 05, auf den sie selbst heute noch nahezu wöchentlich angesprochen wird. Über 30 Jahre später, beim Heimspiel am 28. August 2004 gegen den FC Hansa Rostock entschuldigte sie sich in der Arena für ihren Lapsus offiziell bei allen anwesenden Schalker Fans. Vor allem in den 1970er Jahren gab es verschiedene Prominente, die ein oder mehrere Male Moderator oder Co-Moderator im aktuellen Sportstudio waren. Dies sind der Eisschnellläufer Erhard Keller, Kurt Lawall, Walter Schmieding, Alfons Spiegel, Willi Kremer, Jochen Buß, Volker Tietze, Udo Hartwig, Robert Seger, Dieter Thomas Heck, Frank Elstner, Kurt Jeschko sowie ab 1975 mehrmals der österreichische Kabarettist Werner Schneider. Der auch von 1978 bis 1990 den von ihm konzipierten Kabarettistischen Jahresrückblick das ausgefallene Sportstudio präsentierte. Das war der Eisschnellläufer Erhard Keller.